einen wunderschönen guten abend warum mache ich dieses video ich habe so viel feedback bekommen dazu wenn ich auf facebook pakete auspacke dass ich das ganze auch mal auf youtube hochstellen wollte pakete von young living und was ich für tolle produkte dort bekomme und was ich damit mache das werde ich jetzt spontan tun also ich habe hier das paket schon mal aufgemacht und das ist ein großes paket weil ich habe die gesamte promotion mitgenommen sozusagen die für uns alle parat hält wer das möchte und ich brauche einfach immer wieder viele 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 von den produkten weil ich sehr viele vorträge halte weil ich sie täglich benutze unser gesamter haushalt chemiefrei ist und natürlich dann auch waschmittel und haushaltsreiniger deos und zahnpasta und all diese dinge die wir täglich benutzen kann sich auch verbrauchen und was ich jetzt hier habe zum beispiel das ist das plus öl zitronen gras zitronen gras ist ein sensationelles öl mit dem man ja auch ganz toll salat dressings unterstützen kann wo man ganz tolle tees mit machen kann und die plus serie von young living unterscheidet sich im etikett einfach da sehen wir eins was kein plus ist das im grain und das ist jetzt das zitronen gras das ist ein plus öl das heißt es hat hier also ein winzig kleines plus und das etikett sieht ein wenig anders aus das sind die öle die von der eu zugelassen sind für die einnahme das heißt die plus öle dürfen wir einnehmen und mit zitronen gras einen tollen tee zu machen oder ein salat dressing zu unterstützen im geschmack ganz lecker zu sein das ist ein total wunderschöner zweck und ich freue mich da sehr gerade jetzt zur winterzeit wenn dann wieder auch tees mehr einzug halten auch in meinen haushalt im sommer bin ich einfach ein totaler wasser fan aber im winter liebe ich auch mein immunsystem mit tee zu unterstützen und da ist zitronen gras sehr gut im grain gehört in die promotion im grain ist ein ein ganz tolles öl das stärkt uns darin einfach unseren unseren nacken unseren kopf zu unterstützen wenn da meine schwere drin ist also es ist total wohltuend mit diesem öl wirklich zu arbeiten wann immer wir das gefühl haben wir möchten uns da irgendwie was gutes tun dann habe ich hier noch djs djs ist auch das eins der promo öle diesen monat und djs ist ein ganz tolles öl was einfach wohl befinden verursacht oder unterstützt einfach durch die vielen vielen kräuter dürfte die da drin sind anis fenchel kümmel estragon pfeffermünze patchouli und 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 ich liebe das total das in den diffuser zu geben auf meine handgelenke auch einzureiben auf die fußsohlen und der bauch ist auch ein guter ort für djs finde ich total genial dann ich gucke einfach mal was ich gestellt habe ich habe es nämlich nicht mehr im kopf dann habe ich da kommt auch schon sage also salbei das ist ein öl was bei mir immer im diffuser läuft im flurbereich ich liebe dieses öl das ist ich weiß nicht ob ihr das auch kennt zu räuchern und mit weißem salbei habe ich früher immer die räume ausgeräuchert wenn ich das gefühl hatte ich möchte hier einmal alles transformieren und die energien wieder frisch haben und jetzt ist das so dass salbei bei mir im diffuser läuft im flur also in den gang durch den man gehen muss wenn man durch die haustür mein haus kommt und ich habe einfach das gefühl dadurch erübrigt sich das räuchern also ein tolles öl dafür und ich mag es total das auch mal auf meinen hals aufzutragen und mich darin zu unterstützen einfach in meinem gesunden immunsystem zu sein dann haben wir hier lavendel und über lavendel brauche ich ja kaum was reden wahrscheinlich kennt ihr ganz viele anwendungen wie ihr mit lavendel arbeiten könnt ihr könnt damit baden ihr könnt euch damit einreiben ihr könnt euer sowieso schon gesunden in euren gesunden schlaf damit unterstützen also einfach einen tropfen in die hand umholieren und ganz schlafen gehen oder auf den pyjama geben zum schlafen das ist einfach ganz toll um unser gesundes system darin zu unterstützen und die sind schon gut eingepackte öle zedernholz ich persönlich liebe das total zedernholz einfach auf mein drittes auge zu geben bevor ich meditiere das ist ein öl was sich total stark anfühlt sehr sehr eine sehr männliche schwingung hat manchmal möchte man einfach auch so eine männliche unterstützung vom duft her haben ich weiß nicht ob ihr versteht was ich meine aber so erkläre ich mir das und ich mache das immer ich habe eine kleine flasche in meinem badezimmer nach dem duschen dort ist lavendel hydrolat drin und da gebe ich immer zehn tropfen in so eine flasche zehn tropfen zedernholz mit rein zehn tropfen ylang ylang und zehn tropfen lavendel und sprühe mir damit die haare ein nach dem duschen und sie sind dann ganz leicht zum durchkämmen ich finde auch dass die struktur sich ganz toll und ganz weich anfühlt also zedernholz gehört unbedingt auch mit in meine haarflüge und dann geht es weiter ich habe wie gesagt eine große bestellung gemacht diesen monat sie es das ist eins der promo öle weil ich die große bestellung gemacht habe habe ich auch promo öle ganz viele bekommen zähle ich gleich noch was zu und sie ist ein öl was einfach mich super gut darin unterstützt mit seinem kultigen zimtigen aroma fühlt sich das ganz toll an wenn ich mein gesundes immunsystem damit unterstütze und ich habe das sehr sehr viel in meinem diffuser laufen ich liebe das total fußbäder zu machen gerade wenn es kälter wird dann fußbäder warme fußbäder zu machen und sie ist dort einzutropfen oder wie gesagt den diffuser damit zu bestücken der diffuser ist der vernebler für die die das nicht nutzen und dann mag ich das gerne riechen ja es ist einfach ein sehr würziges so so einen ein orientalischer duft fast mit dem ganzen zimt mit dem ölen die dort drin sind melke und so weiter und so fort also ist eine tolle ölmischung und unterstützt mich ganz doll in der winterzeit dann habe ich ein oregano plus öl also auch oregano gibt es inzwischen als plus öl bei youngliving oregano oder oregano ich weiß ich bin da sehr norddeutschland norddeutsch in der aussprache wie mir die österreicher immer sagen also oregano ist ein tolles öl für salat für für essen für brot backen wenn man das als plus öl verwenden möchte ich mag es gerne auch in einem wintertee ich mag es gerne auch in honig aber ich mag einfach auch diesen oregano geschmack dieses würzige mediterranen und pfeffermünze ist mit in meinem bestellung pfeffermünze ist jeden monat mit in meiner bestellung weil ich pfeffermünze jeden monat verbrauche also es ist immer in meiner handtasche beim autofahren dabei wenn ich das gefühl habe ich möchte mich erfrischen dann nehme ich einen tropfen pfeffermünze rieche dran wir haben pfeffermünze auch als plus öl das mache ich mir in mein wasser wenn ich lange autofahrten habe weil es einfach frisch ist und und mich darin unterstützt wach zu sein dann und konzentriert und dann schaue ich in die nächste rolle hier und da habe ich nämlich dann pfeffermünze auch als plus öl also hier ist das pfeffermünzöl für die äußerliche anwendung hier ist das pfeffermünzöl plus das ist dann erlaubt das auch zu trinken okay und trau mal live eine tolle ölmischung die einfach auf alles gehört was irgendwie unterstützt gehört in einer balance zu sein und das liebe ich total meine tiere übrigens auch dann geht es weiter sandelholz endlich haben wir wieder das könig hawaiianische sandelholz ich finde das sensationell zur meditation für die hautpflege meine meine also aus dritte auge mache ich das gerne ich mache es gerne meine kosmetik mit rein und dann wenn ich so das gefühl hat meine beine sind richtig schwer dann mache ich das mal in das massage öl was ich mir dann anwischen und bin sie also ein tröpfchen reicht das ist so ergiebig und reibe meine beine dann mit diesem öl mit dem angereicherten öl ein sandelholz ist ein sensationelles öl eins meiner liebungen absolut und bin so froh dass es wieder da ist dann haben wir jetzt lavendel auch als plus und lavendel ist ein tolles öl um kräutersalz geschichten herzustellen wenn man es in der küche verwendet oder eben auch in salat aber es muss halt sehr sehr wenig dosiert sein weil lavendel einfach in seinen eigenen geschmack hat ich mag das super gerne einfach meinen salz damit anzureichern oder auch mein honig also lavendel honig ist wirklich ein ganz toller brot ausstrich oder eben eine ganz tolle würze auch für den tee also sie ist dann auch endlich als plus öl das sind alles neue plusöle und das finde ich so total toll weil das ist wirklich balsam im honig oder damit so kleine bonbons zu machen die kann man mit zylit machen ja zylit in der fahne warm machen sie rein oder pfeffermünze was auch immer man haben möchte welchen zweck man verfolgt und das dann lutschen zylit ist sowieso ein super guter zucker ein birkenzucker der sehr gut gegen karies funktioniert und wenn man das dann noch mit zivs unterstützt wichtig richtig genial für die mundpflege einfach für also welches für den mund um das mal so zu sagen ja ok dann habe ich hier abandens das ist auch ein promoöl und abandens wirkt nach dem gesetz der anziehung ist einfach eine tolle ölmischung die sowohl positives wie negatives anzieht also wenn negativ schwingt und mit abandens arbeitete wird das verstärken also seine schatten verstärken wer positiv schwingend und positive richtungen hat wer wer herzens schwingung positiv hat die schwingung von von fluss und und fülle versteht dem wird abandens menschen ins leben holen und situationen die diese schwingung verstärken also auch da ganz tolles öl um sein leben zu erfüllen wenn man das möchte ich konnte nicht widerstehen die promotion ist so toll auf gewesen und das ist zum beispiel pinje 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 ist ein relativ preiskünstiges öl was ich total gerne auch im diffuser habe gerne auch zusammen mit orange was einfach ein baumduft in den raum bringt eine stärkung eine ausrichtung und wer meditiert auch mit bäumen meditiert der weiß sofort was ich meine in diesem in diesem duft von pinje zu gehen in diese in dieses gefühl von stärke auch mal die augen zu schließen und beim diffuser zu sitzen und sich vorzustellen in einem pinjenwald zu sitzen und sich einfach ins bedienen zu lassen das ist ein tolles öl für den rücken um das aufzutragen ein toller ort sind auch die fußsohlen also pinje wirklich richtig spannend dann habe ich meine lieblingszahnpasta die sieves dentarome es gibt verschiedene sieves zahnpasta und die dentarome ist die die ich am meisten liebe die ist am frischesten am schärfsten auch hat natürlich die sieves ölmischung mit drin ist auf jeden fall frei von fluoriden frei von aluminium chloriden und hat als süße zylitol drinne und und ist total frei auch von schäumenden substanzen also damit sich die zähne zu putzen ist erst mal ungewöhnlich ja das schäumt nicht aber es ist nur ganz ganz tolle pflege und mein ergebnis ist mittlerweile so gut dass mein zahnarzt sich wundert was ich denn anders tue als sonst wer also seit fünf jahren nehme ich diese zahnpasta und bin seit wirklich dafür so und wir haben auch vegetarische kapseln bei young living die habe ich mir diesmal wieder mit bestellt das sind leere kapseln die man sich füllen kann wir haben ja jetzt so tolle öle auch die wir innerlich einnehmen können um uns zu unterstützen und dafür sind diese kapseln ganz toll und wenn man sich da noch ein bisschen kokosöl rein macht dann hat man gleich noch kokosöl zu sich genommen kokosöl richtig gutes kokosöl ist auf jeden fall ein zwar ein trans fett aber ein fett was wir wirklich gut gebrauchen kann für unser gehirn und was uns darin unterstützt mit mit gesunden fetten zu arbeiten und unser gehirn und überhaupt unser körper braucht fette ja so viele menschen machen diesen fehler und lassen fett weg das ist ganz ganz gefährlich für die ernährung für einen gesunden körper brauchen wir gesunde fette also niemals die fette so doll reduzieren und weglassen das macht das ist nicht gut fette das ist etwas als der ganze das ganze system braucht sie gehören cholesterin brauchen wir für für die zellen membran wir brauchen das um hormone zu bauen um enzyme zu bauen wirklich für alles im körper dann haben wir hier unseren wunderschönen haushaltsreiniger der ist sensationell der ist wirklich chemiefrei schaut euch das an hier sind keine wahren hinweise von irgendwelchen chemikalien es ist wirklich ein ganz toller haushaltsreiniger der super gut funktioniert also ich habe damit schon sachen gereinigt ich liebe das total und vor allem weiß ich wenn ich es an den händen habe dass das nicht schlimm ist das macht nichts das ist kein gift das ist keine chemie und ich brauche nicht mal handschuhe anziehen wenn ich mit diesem reiniger arbeite also der ist wirklich super gut und nicht mehr wegzudenken aus meinem haushalt dann habe ich und das ist so toll dass wir das jetzt auch seit ein paar monaten in europa haben das sie ist waschmittel genau das gleiche ja es ist ein kleiner warnhinweis drauf der muss drauf das sind die eu gesetze und ansonsten ist es ein wirklich chemiefreies waschmittel was sensationell gut funktioniert ich liebe das total die wäsche die die duftet ganz fein also wer total starke duftmittel im waschmittel hat der wird sich erstmal umstellen aber wenn ihr wirklich stark duftende waschmittel habt dann könnt ihr sicher sein dass das wasch eure wäsche permanent duftstoffe abgibt die chemie voll sind nicht wenn das permanent nach waschmittel durfte dann atmet ihr moleküle ein die chemie sind das muss einem klar sein deswegen stellt euch auch chemiefrei um alles was was chemie ist meistens aus der petrochemie das ist einfach für unseren körper ganz ganz schlimm ganz schlecht und und sehr schwer fürs immunsystem dauerhaft zu vertragen also ein chemiefreies waschmittel ist das beste was man dem körper und der wäsche einfach antun kann weil die wäsche tragen wir die ganze zeit auf dem körper und wir wollen diese stoffe diese moleküle die dann abgegeben werden und solange etwas duftet gibt es moleküle ab ja die waren wir nicht am körper und der haut und was habe ich hier noch das finde ich toll da ist jedes mal eine message drinnen von unserem gründer von young living das werde ich mir nachher nur durchlesen und ich habe ganz tolle visitenkarten hier noch bestellt das sind wunderschöne kleine kärtchen die kann man bei young living auch bestellen wenn man möchte diese karten wenn man proben es gibt so diese kleinen strips so proben drin sind ja die kann man hier reinstecken dass so eine kleine tasche kann man das sehen in diese tasche kann man gestecken die auf die rückseite kann man da kann man sagen einen stempel rauf machen oder seine daten reinschreiben und so kann man andere menschen lücken also teilen was wir sowieso schon geben das ist auf die schnelle die bestellung und um jetzt die 20 minuten voll zu machen sehr langes video normal sind meine videos kürzer einmal erklärt ja wenn man im autoship ist also wirklich monatlich bestellt dann bekommt man in diesem monat ab 120 pv das ist der internationale wahrenwert kommt man ein djs gratis das ist also ein hat ein verkaufspreis von 16 euro 45 wenn man mit 190 pv bestellt egal ob im abo oder eben eine einfache bestellung bekommt man ein siehst gratis und wenn man das auch noch einmal es macht ja dann noch den djs das djs dazu also sie ist und hat dann diesen verkaufswert von 56 58 dazu also auch nur ganz hohe promotion wenn man für 250 pv bestellt dann bekommt man zusätzlich zu dem sie auch noch das m grain dazu alles zusammen mit einem verkaufswert von 152 53 und dann falls man das auch im abo zusammen bestellt hat noch dieses djs als geschenk dazu also eine wirklich großzügige promotion und es lohnt sich diese promotion ab und zu mal zu bestellen ich versuche das jeden monat in der höhe klappt es nicht immer aber diesen monat war das für mich ganz wichtig weil diese diese sensation und das andere braucht ja alles ich verbrauche dass ich auch in meinen vorträgen und wenn dich das interessiert dann melde dich und komm auf meine vorträge kannst du alles erschnuppern bevor du etwas bestellst viel freude und einen wunderschönen abend